Wenn ich also Paris wäre nach der griechischen Sage und die Damen, die hier teilnehmen, dann würden vor mir auftreten, dann würde ich den Apfel geben, würde ich dann wahrscheinlich selber reisen. So, die Startnummer 60, also C-Kazern, mit dem 2,30er CC von Capri. Also, ein Mann, der tatsächlich sitzen kann, so wie wir Papa. So, wie wir uns Papa, sag uns. Also, ein Mann, der tatsächlich sitzen kann, so wie wir Papa, sag uns. Wir haben hier mit einer richtigen Fahrt in der Klasse 64, da haben wir von Hans Wilhelm, Botteein, Dreimer, Rheingauer, also R&D, Rundgült, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020